Ist Johannes Oerding nach der Trennung von Ina Müller wieder verliebt? Die Gerüchteküche brodelt gewaltig. Der Schock war groß, als Johannes Oerding und Ina Müller ihr Liebesaus bekannt gaben. Angeblich gehen die beiden schon seit längerer Zeit getrennte Wege. Jetzt kommen immer mehr Details ans Licht. Hat Johannes Oerding eine neue Freundin? In der Bild-Sendung Zuckerbrotpeitsche plaudert Tanja May aus dem Nähkästchen. Bei den beiden liegt der Altersunterschied auf der Hand. Ina hat immer gesagt, sie möchte keine Kinder. Sie hat genug Nichten und Neffen. Freunde mit Kindern. Jetzt wird natürlich spekuliert, dass er doch nochmal Papa werden möchte, erzählt die Promi-Expertin. Angeblich hat Johannes keine Zeit verloren und die passende Mama bereits gefunden. Es wird schon wieder getuschelt. Dass es womöglich schon eine andere Frau in seinem Leben geben könnte, so May weiter. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung aber noch nicht. Da müssen wir dann warten, bis er sich dazu selbst äußert. Beim nächsten Konzert ist dann vielleicht eine andere Frau an seiner Seite. Ich Untertitelung des ZDF, 2020